Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, lieber Dr. Prof. Burghoff, mein Name ist Marc und ich bin Bitcoin-CEO im ersten Bitcoin-Hotel der Welt sowie Teil des Organisationsteams von Bitcoin im Ländle. Der ein oder andere hat es sicherlich mitbekommen, dass letzte Woche im SWR ein TV-Bericht über unser Hotel und die Veranstaltung Bitcoin im Ländle lief. Dies ist ein offener Brief an Sie, Herr Burghoff, da wir sowie einige der Zuschauer nicht wirklich happy waren über die Aussagen, die Sie getroffen haben und wir dies nicht so stehen lassen wollen. Wenn man zum Beispiel Transaktionen tätigt mit Bitcoin, dass da sehr, sehr viel Energie verbraucht wird. Das ist also überhaupt nicht ökologisch, was da passiert. Sie behaupten, Bitcoin verbraucht zu viel Energie. Wenn Bitcoin nach Ihrer Ansicht nach einen zu hohen Stromverbrauch hat, dann heißt das, dass der Stromverbrauch nicht durch den Nutzen für Sie gerechtfertigt wird. Bitte beachten Sie, das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für Wäschetrockner oder Katzenvideos in YouTube und deren Stromverbrauch. Ein limitiertes, zensurresistentes, dezentrales, monetäres Netzwerk, das Vermögenswerte in sekundenschnelle und nahezu null Transaktionsgebühren transferieren kann, mag für Sie keinen Wert haben. Für viele andere Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang zum Bankensystem haben, jedoch schon. Fun Fact, wussten Sie eigentlich, dass mehr Leute weltweit ein iPhone besitzen, wie Zugang zum Bankensystem bzw. ein Bankkonto besitzen. Übrigens, Energieverbrauch ist nicht per se schlecht. Hier sieht man zum Beispiel den CO2-Ausstoß eines Bitcoin-Mining-Gerätes. Dieser hat den gleichen CO2-Ausstoß wie zum Beispiel ein Tesla. Wie Sie sehen können, ist nicht Bitcoin für den CO2-Ausstoß verantwortlich, sondern die dahinterliegende Energiequelle, mit der Bitcoin-Mining betrieben wird. Das gleiche gilt natürlich auch für den Tesla. Hier sehen Sie einen Bitcoin-Mining-Heater, mit dem wir unseren Frühstücksraum heizen, denn man kann die Abwärme von Bitcoin-Mining auch zum Heizen benutzen. Und hier sehen Sie den CO2-Ausstoß einer Lightning-Transaktion. Sieht ähnlich aus wie beim Bitcoin-Mining-Gerät. Lightning ist eine Technologie, die auf Bitcoin aufbaut und mit der Transaktion zu nahezu null Transaktionsgebühren und nahezu in Echtzeit möglich sind. Okay, das war jetzt Satire. Wir haben alle gelacht, aber jetzt mal im Ernst. Wussten Sie, dass Bitcoin-Mining laut mehreren Studien und Auswertungen zu über 50% mit erneuerbaren Energien betrieben wird und damit einen deutlich höheren Anteil an erneuerbaren Energien hat, als der deutsche Strommix. Erlauben Sie in diesem Zuge bitte auch die Nachfrage, ob Sie den Stromverbrauch des klassischen Geldsystems kennen oder den der Goldindustrie. Denn nur wenn Sie das klassische System gegen Bitcoin vergleichen, wäre eine Aussage wie, es sei nicht nachhaltig, gerechtfertigt. Außerdem behaupten Sie, Bitcoin ist für Kriminelle. Es wird missbraucht. Es gibt Menschen, die das für kriminelle Handlungen verwenden, für Erpressungen. Selbstverständlich wird Bitcoin, so wie jedes andere werthaltige Asset auf der Welt, auch für unlautere Dinge benutzt. In der ersten nationalen Sicherheitsanalyse des Bundesministeriums der Finanzen wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass sich Blockchains für kriminelle Zwecke nicht eignen und eher Bargeld empfohlen. Haben Sie hier Zahlen, Daten oder Fakten, die Ihre Aussage wissenschaftlich belegen? Ich frage jetzt mal für einen Freund, sehen so Kriminelle aus? Oder so? 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 Und ich frage jetzt auch noch für einen anderen Freund, ob so Kriminelle aussehen. Übrigens, wussten Sie, dass Bitcoin nicht anonym, sondern pseudonym ist? Die Bitcoin-Blockchain ist ein öffentlich einsehbares Kassenbuch und sobald jemand Ihre Bitcoin-Adresse kennt, kann er auch alle zusammenhängenden Bitcoin-Transaktionen nachvollziehen. Bitte entschuldigen Sie meine Nachfrage, aber bei Professoren darf man meines Erachtens schon ein etwas höheres Niveau erwarten, als bei einem Artikel in der FAZ. Dennoch sind wir natürlich offen für Diskurs und laden Sie recht herzlich zur nächsten Bitcoin im Ländle-Veranstaltung ein und würden uns freuen über eine offene Podiumsdiskussion mit Ihnen zum Thema Bitcoin. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Bis dann. Peace out. Ausама 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 Vielen Dank.